I need to be with you Hallo und willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich hoffe es geht euch allen gut und ihr bleibt weiterhin gesund und gut gelaunt. Und ihr habt euch von mir neben jeder Menge Vlogs und What I Eat Videos Rezepte-Videos gewünscht. Und weil wir ja alle momentan mehr Zeit als normal zu Hause haben und diese Zeit sehr gut zum Kochen nutzen können, möchte ich euch natürlich mit so vielen leckeren Rezepten wie möglich versorgen. Und ihr seht schon, ich stehe in meiner Küche. Und deswegen habe ich heute ein sehr leckeres Rezepte-Video für euch mit drei veganen Sachen. Sachen sage ich, weil es sind zwei herzhafte Gerichte und ein Rezept für ein ziemlich geniales veganes Bananenbrot. Weil jeder momentan macht ja Bananenbrot und da dachte ich, den Trend, den kann man mir mitgeben, weil Bananenbrot ist einfach zu lecker, auch wenn es jeder macht, ist es einfach lecker. Deshalb gibt es von mir heute mein persönliches Lieblings-Bananenbrot-Rezept. Aber auch die anderen zwei Gerichte solltet ihr auf jeden Fall mal ausprobieren. Ihr findet alle Rezepte in der Infobox, die Sachen sind sehr leicht zu machen und sind einfach genial lecker. Und falls ihr noch nicht eure Liebe zum Kochen entdeckt habt, dann ist momentan genau die richtige Zeit dafür. Deswegen wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Zugucken. Gebt mir gerne einen Daumen hoch, folgt mir bei Instagram. Falls ihr noch nicht den Kanal hier abonniert habt, dann tut das auch gerne. Und schickt mir auch gerne Fotos, wenn ihr die Sachen nachmacht. Und jetzt rede ich gar nicht weiter. Ich wünsche euch viel Spaß und wir sehen uns. Los geht es mit diesem leckeren veganen Mac & Cheese Rezept. Und ich sage euch, auch alle Käsefans unter euch werden diese Nudeln mögen. Und dafür braucht ihr Cashewkerne, die übrigens super geeignet sind für jegliche veganen Soßen. Dann braucht ihr Kokosmilch, eine große Kartoffel, eine große Möhre, eine Zwiebel, Hefeflocken, die übrigens vollgepackt sind mit guten Nährstoffen und Vitaminen und Nudeln. Ich habe mich hier für die Küchererbsenfossi von Koro entschieden. Die mag ich persönlich super gerne und sind dafür auch noch super ballaststoffreich und proteinreich. Und dann braucht ihr noch ein paar Gewürze und zwar Salz, Knoblauch, Pfeffer und Paprika. Los geht es mit den Cashewkernen, die ihr am besten für mindestens eine halbe Stunde in heißem Wasser einlegt, damit die schön weich werden. In der Zwischenzeit könnt ihr euch schon mal um das Gemüse kümmern. Hier zum Beispiel schon mal einmal die Kartoffel schälen und in kleine Stücke schneiden in einen Topf. Das gleiche macht ihr mit der Möhre und das Ganze wird jetzt erstmal ein bisschen weich gekocht für, sagen wir mal, 20 Minuten. Und dann kommt eigentlich nur noch alles zusammen in den Mixer. Hier einmal die Cashewkerne, die möglichst den Mixer treffen sollten. Die Kokosmilch. Dann kommt die geschnittene Zwiebel dazu und das gekochte Gemüse. Dann die Hefeflocken, Salz, Knoblauch, Paprika und die restlichen Gewürze. Und ihr müsst das ein bisschen nach Gefühl machen. Wenn ihr meint, es ist zu wenig Flüssigkeit drin, dann packt noch ein bisschen Kokosmilch oder einfach einen Schluck Wasser dazu. Und das Ganze wird dann gemixt. Das Ganze könnt ihr natürlich auch mit einem Stabmixer machen, wenn ihr so einen Mixer, wie ich hier den habe, nicht habt. Das funktioniert genauso gut. Und dann müsst ihr das alles richtig gut glatt mixen oder pürieren, bis ihr am Ende diese leckere Käsesauce habt. Und ich sage euch, die schmeckt wirklich käsig und ist super cremig und richtig, richtig lecker. Und dann fehlen ja am Ende einfach nur noch die Nudeln. Die kocht ihr ganz normal. Wir Nudeln immer Koray, Kichererbsnudeln geht es relativ schnell. Die brauchen, ich würde sagen, so acht bis neun Minuten. Und die Soße packt ihr nochmal kurz in eine Pfanne oder einen Topf und kocht das Ganze einmal kurz so ein bisschen auf. Und dann habe ich hier in der Pfanne die Nudeln mit der Soße einmal vermischt. Einfach, dass die Nudeln die Soße richtig gut aufnehmen. Ich finde, es wird dann einfach so lecker. Und ihr seht schon, wie cremig die Soße ist. Also ihr solltet das wirklich einmal ausprobieren. Dazu hat die Soße super viele Nährstoffe und ist sehr gesund. Es ist sehr sättigend, hat viele Ballaststoffe, viel Protein. Und ja, das Ganze kann jetzt angerichtet werden. Ich habe hier unten in meinen Teller noch ein bisschen Spinat reingemacht. Ihr könnt die Soße natürlich auch super gut noch mit ein bisschen anderem Gemüse aufpimpen. Wie zum Beispiel Pilzen oder Brokkoli oder Zucchini, was ihr mögt. Das Ganze habe ich jetzt noch getoppt hier mit Frühlingszwiebeln. Und das ist auch schon das erste fertige Gericht. Und ich sage euch, es ist unglaublich lecker und cremig. Und man kann sich einfach reinlegen und es ist so ein richtiges Comfortfood, finde ich. So, weiter geht es mit einem Rezept, das ich so ein bisschen für mich entdeckt habe, seitdem ich vegan lebe. Und zwar ist das Tofu Scramble. Ihr braucht ein Tofu. Ich habe hier Räuchertofu von Koro. Dann Kurkuma. Kurkuma ist bei dem Rezept gerade für die Farbe verantwortlich. Ist aber auch, was ja momentan sehr wichtig ist, sehr entzündungshemmend. Und ja, ist einfach super gesund. Und eigentlich sollte man jeden Tag Kurkuma in sein Gericht einbauen. Und dann die Zauberzutat dieses Gerichts. Und zwar ist das Kalanamak-Salz. Und dieses Salz hat einen ganz irren Eigengeschmack. Und zwar riecht und schmeckt das ganz stark nach Ei. Und wer also diesen ganz besonderen Eigeschmack kreieren möchte, der sollte sich dieses Salz einmal anschaffen. Und das ist wirklich irre. Außerdem braucht ihr noch Knoblauch, Paprika. Und dann könnt ihr das Ganze natürlich erweitern mit jeglichem Gemüse, das ihr mögt. Zum Beispiel Tomaten, Pilzen, Spinat, was auch immer. Und dazu mache ich mir immer noch gerne Avocado und ein bisschen Brot. Also den ersten Schritt hat meine Kamera netterweise direkt einmal übersprungen und irgendwie nicht aufgenommen. Aber es ist gar nicht schlimm. Ich habe hier einfach den Tofu einmal so ein bisschen ausgepresst und ihn dann einfach mit der Hand hier so klein gebröselt. Und dann kommen die ganzen Gewürze dazu. Hier einmal Kurkuma, das am Ende dem Rührei diese gelbe Farbe verleiht. Dazu kommen Paprika, Knoblauch und das Kalanamak-Salz bzw. das ganz normale Salz. Und das vermischt ihr dann einfach alles gut. Das Rezept geht übrigens im Ganzen super schnell. Und man kann es innerhalb von 10 Minuten sich fertig machen. Und es schmeckt morgens, mittags und abends gut, kann ich euch sagen. Als nächstes nehmt ihr euch eine Pfanne und erhitzt da drin ein bisschen Olivenöl. Und in der Zwischenzeit habe ich hier schon mal meine Tomaten geschnitten, die ich gerne immer in mein Rührei reinmache. Und wenn das Öl heiß ist, könnt ihr den Tofu dazu packen und das Ganze dann einfach so ein bisschen warm werden lassen, anbraten. Dann die Toppings oder alles, was ihr da gerne reinhaben wollt, dazugeben. Und ja, ich würde sagen so 10 Minuten in der Pfanne ein bisschen anbraten. Und dann ist das Ganze auch schon fertig. Ich esse es hier super gerne mit ein bisschen Vollkornbrot und einer Avocado, die ich mir hier so in kleine Spalten schneide und einfach mit auf den Teller gebe. Und ja, ich esse das persönlich am liebsten mittags oder abends. Also ich esse das gar nicht so oft als Frühstück. Aber ich finde, es ist einfach ein super leckeres, herzhaftes, veganes Gericht, beziehungsweise eine vegane Frühstücksvariante. Wenn ich mal nicht immer Porridge esse. Und ein süßer Abschluss darf natürlich auch nicht fehlen und deshalb kommt jetzt mein persönliches Bananenbrotrezept. Dafür dürfen natürlich Bananen nicht fehlen, möglichst reife natürlich. Dann habe ich Buchweizenvollkornmehl hier genommen. Ihr könnt aber auch ein anderes glutenfreies Mehl oder ein Vollkornmehl nehmen. Dann kommt da rein Backpulver, Sojamilch oder eine andere pflanzliche Milch. Dann Kokosblütenzucker nehme ich persönlich am liebsten als Zucker-Alternative. Und ein paar Nüsse dürfen natürlich nicht fehlen. Ich finde, in einem Bananenbrot passen am besten Walnüsse. Und die geben dem Ganzen nochmal ein paar gesunde Fette und Proteine. Und ordentlich viel Zimt darf natürlich auch nicht fehlen. Als erstes habe ich hier meine Bananen geschält und in kleinen Stücken in eine Schüssel gegeben. Und das Ganze mit einem Stabmixer ein bisschen püriert. Ihr könnt aber auch das Ganze einfach mit einer einfachen Gabel zerdrücken oder in einen Mixer geben, wie ihr mögt. Dazu kommt dann die Milch und ein Schluck Apfelessig. Müsst ihr nicht dazu geben, aber Apfelessig reagiert zusammen mit Backpulver und macht den ganzen Kuchen ein bisschen fluffiger. Das ist so ein kleiner veganer Lifehack, sage ich mal. Die flüssigen Zutaten kommen dann erstmal zur Seite und wir nehmen uns eine zweite Schüssel. Da kommen jetzt die trockenen Zutaten rein, nämlich das Mehl zusammen mit Backpulver, eine Prise Salz und dem Zimt. Sehr viel Zimt. Dann kommt auch noch der Zucker dazu und das Ganze wird dann vermischt mit einer kleinen Mehlwolke, die ich hier veranstaltet habe. Und die trockenen Zutaten kommen dann zu den flüssigen oder andersrum, je nachdem, wo ihr die größere Schüssel habt. Und das wird dann einmal gemischt, bis sich alles gut verbunden hat und so eine glatte Masse entstanden ist. Und dann fehlen eigentlich nur noch die Nüsse. Die habe ich hier ein bisschen klein gehackt auf einem Brett, einfach so, ich würde sagen zwei Handvoll. Und die kommen dann auch noch in den Teig, werden sie ein bisschen untergehoben und mehr kommt auch eigentlich gar nicht in den Kuchen rein. Jetzt habe ich hier noch eine alte, eine sehr alte Kastenform, wie ihr sehen könnt. Die habe ich mit ein bisschen Kokosöl eingefettet und unten ein bisschen Backpapier reingelegt, damit der Kuchen nicht irgendwie anbäckt und den Teig da reingefüllt. Und jetzt kommt noch das Topping und das finde ich ist beim Bananenkuchen immer sehr wichtig. Und zwar habe ich hier eine halbe Banane in so dicken Scheiben geschnitten und die kommen jetzt oben drauf. Und ich finde, wenn die im Ofen so ein bisschen weichmatschig werden, dann schmeckt das einfach so gut. Und ich finde, das gibt nochmal so einen kleinen Kick für den Kuchen. Und als Deko habe ich noch ein paar Verflocken drauf gestreut, einfach damit es schön aussieht. So, das Ganze kommt jetzt in den Ofen. Die genauen Angaben zu Grad und Zeit findet ihr in der Infobox. Und dann habt ihr am Ende diesen leckeren, unheimlich gut duftenden Bananenkuchen. Und ich finde, er schmeckt frisch aus dem Ofen mega gut. Er schmeckt aber auch genauso gut, wenn er so ein bisschen abgekühlt ist und aus dem Kühlschrank kommt und alles so ein bisschen durchgezogen ist. Dann hat er irgendwie auch ein super leckeres Aroma. Also probiert das unbedingt mal aus. Und das waren jetzt auch schon meine drei Rezepte. Schreibt mir gerne mal in die Infobox, ob ihr mehr solche Rezeptvideos in Zukunft auch sehen möchtet. Und ob ihr lieber herzhafte Sachen oder lieber süße Sachen sehen möchtet. Und schickt mir wirklich gerne Bilder, falls ihr irgendwas nachmacht. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich wünsche euch noch einen schönen Morgen, Mittag, Abend oder wann auch immer ihr dieses Video gerade guckt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss! Tschüss!